Meine lieben Freunde, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich gelesen haben, immer wieder Johannes 4 gelesen haben, aber hier sehen wir in den 23. Vers, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Hier wird uns ein Ausdruck vorgestellt, die wahren Anbeter. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, die wahren Anbeter. Es gibt viele Leute, die aus Gewohnheit zum Gottesdienst gehen am Tag des Herrn. Das ist etwas Gutes, das ist, wie man es gewöhnlich macht, und Ihre Eltern erwarten es wahrscheinlich, und so gehen Sie mit und zählen die Dachsparren. Ich kenne einige Schulkinder, die mussten in den Gottesdienst gehen. Mir wurde gesagt, dass sie dann die Dachsparren zählen, die Balken und die Dachsparren. der Geist ist nicht hungrig. Es kommt keine echte Anbetung aus ihrem Herzen. Aber hier sagt Gott, Denn der Vater will solche Anbeter haben. Ja. Was für Jünger oder was für Mitspieler wünscht man sich? Sie sind Fußballspieler oder Basketballspieler. Was für Mitspieler wünschen Sie sich? Sie wollen energiegeladene, dynamische, enthusiastische Leute, die ein Herz haben für das Spiel. Nicht Leute, die vom Koma saufen kommen. Sie sind jetzt mit einem Kater zum Spiel gekommen. Nein. Das Problem bei vielen Gottesdienstbesuchern heute ist, dass sie mit einem Kater kommen. Sie bringen ihre Belastungen, die Säugen der Woche, sie sind ausgelaugt, ausgewaschen. Und sie denken, na ja, wir schleppen uns jetzt aus dem Bett in die Kirche. Wissen Sie, Freunde, wie hilft es, wenn man solche Mitspieler hat? Nein. Das ist gar keine Anbetung. Das ist ein Ort, wo man seinen Kater auskuriert. Sie wissen, wenn die Leute sich betrunken haben, bei all diesen Spionen ist das eine Technik, die man beim Ausspionieren verwendet. Man macht einen betrunken, und dann beginnt er zu plappern, er beginnt zu reden, er beginnt zu sagen Dinge, die er nicht hätte offenbaren dürfen. Es gibt viel plappern und schwätzen, auch in den Kirchen, einfach betrunkenes Reden. Es hilft keinem. Aber, Freunde, was ist das? Der Vater sucht solche Anbeter. Gott möchte aufrichtige Anbeter. Lehrer und Prüfer können leicht feststellen, ob sie nur ein oberflächliches Wissen haben oder ob sie die Sache wirklich studiert haben. Man kann sich nicht durchblöffen bei gewissen Prüfungen. Die wissen zu viel. Die können sofort sagen, hier ist einer, der spricht so ein Mischmasch, ein bisschen hier und ein bisschen da, was er irgendwo aufgeschnappt hat, aber das Thema kennt er nicht. Wenn Gott aufhört, wie er uns jetzt sieht, wie beurteilt er uns im Geist und in der Wahrheit. Ich nehme an, dass Sie alle wissen, aber das kann ich nicht für selbstverständlich halten. Der Leib den zieht es immer sehr nach unten. Der Körper möchte, dass Sie Ihren niedrigen Wünschen nachgeben. Ihren Lüsten. Das ist nichts, was einen nach oben zieht. Die Lüste übernehmen die Kontrolle. Die Lüste, die Abhängigkeiten machen einen wie gelähmt. Das ist der Körper. Jetzt kommen wir zur Sehne. Der Verstand. Die ganze Woche. Was nimmt der Verstand auf? Die Worte dieses Menschen, die Worte jenes Menschen. Die Aussagen der Kommentatoren. oder was man im Fernsehen gesehen hat. Was ist es noch, von dem Ihre Seele beeinflusst wird? Was Sie lesen? Von dem Ihre Seele beeinflusst wird. Was Sie lesen? Ein Schriftsteller in einer Zeitung spricht von einem Fernseh-Evangelisten, bei dem hat man pornographisches Material gefunden. Das macht die ganze Sache so unreal. Ich kann das nicht verstehen. Erstens, so ein Mensch hätte sich eine andere Arbeit suchen sollen. Was können wir sagen? Ein Bartender's Job? Vielleicht ein Barkeeper. Aber selbst ein Barkeeper muss ein bisschen aufpassen. Wenn er einen allzu betrunken macht, dann geht er vielleicht hinaus und bringt auf dem Heimweg viele Menschen um. Also auch ein Barkeeper muss ein bisschen aufpassen. Und wenn einer dann seinen Verstand voll hat, mit bösen Bildern, was hat er zu tun mit der Kanzel? Wie kann er jemanden speisen? Kann er der Gemeinde diese Sachen beibringen? Nein, dann muss er ein Schauspieler sein. Er muss eine ganz andere Show bringen für diese eine Stunde. Man kann mit den Shows nicht ein Land führen oder eine Kirche oder ein Leben führen mit den Shows. Aber genau das tun wir heute. Wie wir uns selbst darstellen. Die Sachen aus der Show. Jeder freut sich, wenn die Show vorbei ist. Schauen Sie sich mal Ihre Gesichter an. dann sind sie hell und erwartend und neu belebt. Nein, sie sind abgehärmt. Ach, jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt müssen wir irgendwie wieder durch den Verkehr zurückfahren. Oh, der ist mir in die Spur gefahren. Oh, der ist mir in die Spur gefahren. Was ist das für ein komischer Kerl? Ein alter Mann wahrscheinlich am Steuer. der weiß nicht mal, wie man fährt. Er weiß nicht mal, wie man fährt. Es ist nur eine Show. Der Prediger ist ein Schauspieler. Und was Sie bekommen haben, noch einmal das übliche Zeug aus dem Showgeschäft. Meine Lieben, wir können kein Land mit Shows bauen. Man kann keine Familie mit Shows bauen. Es muss Wahrheit da sein, ehe es Stabilität geben kann. Was möchte Gott? Er sucht Anbeter, die ihn anbeten, im Geist. Wir haben von der Seele gesprochen und der ganze Müll, der in unsere Gedanken und Vorstellungen hineinkommt. Und jetzt, was ist der Geist? Funktioniert der dritte Teil von Ihnen überhaupt? Das ist zuerst die Frage. Der dritte Teil. Funktioniert er überhaupt? Wissen Sie meine lieben Freunde, es gibt ein elektrisches System in Ihrem Körper, im Verstand, im Gehirn, und wenn das elektrische System ausfällt, meine Güte, da haben Sie vielleicht den schönsten Motor, aber es wird nichts funktionieren. Nichts. Die Verzündung geht nicht. Dein Motor startet nicht. Nichts wird funktionieren. Der Geist, der vernachlässigte Teil des Menschen heute, sie nähren das Fleisch, sie nähren den Verstand, die Seele, mit viel Müll, wie ich schon gesagt habe, und es gibt aber auch viele gute Sachen, mit denen Sie Ihre Seele füllen können. Wenn ich die Lebensbilder lese von manchen großen Männern, dann ist das sehr herausfordernd. Manche waren wirklich große Menschen. Sie sehen. Es war ganz offensichtlich, selbst für die Richter, die auf dem Richterstuhl saßen, um zu richten, Entschuldigung. Wenn ein Richter, ein britischer Richter, Gandhi, richten musste, da hat er sich vor dem Gefangenen verbeugt. Er wusste, dass die Position des Gandhi eine hohe Position war. Meine lieben Freunde, ja, Sie können Ihren Verstand füllen mit hohen Dingen, aber das zündet nicht wirklich dass positive Taten zustande kommen. Der Geist, wenn die Wahrheit vernachlässigt wird, wird das zu einer Schlinge. Sie wissen, was eine Schlinge ist, diese Schlinge um den Hals, wenn Sie erhängt werden. Wenn man die Wahrheit vernachlässigt, wird das zu einer Schlinge. Wenn man der Wahrheit gehorcht, macht sie frei und bringt sie nach oben. Wenn man der Wahrheit gehorcht, Gott sagt, die, die mich anbeten, müssen mich anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Wenn Sie 1. Mose 22 aufschlagen, hier sehen Sie die erste Anbetung. Und es ist so eine wunderbare Szene. Gott hat Abraham gebeten, seinen einzigen Sohn Isaac zu nehmen, den Sohn seines Alters, den Erben, nicht den Jungen der Sklavin, den er früher gezeugt hatte, sondern diesen Isaac, auf den er gewartet hatte, den Erben der Verheißung, und er wollte ihn nehmen und den Opfern. Und, Sie sehen, in der 5. Vers, Abraham sagte zu seinem jungen Mann, Abraham sprach zu seinen Knechten, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Was für eine wunderbare Art und Weise, in der er die größte Prüfung seines Lebens darstellt, diesen einzigen Sohn auf den Altar zu legen. und er nennt das Anbetung. Mein Sohn und ich gehen hin, um Gott anzubeten. Er sagt er nicht, sage, verabschiede dich vom Isaac, den seht ihr nicht mehr, das ist eine sehr traurige Sache, wir müssen jetzt Abschied nehmen, aber wir müssen das halt durchmachen, kein solches Selbstmitleid. Es ist etwas Schreckliches, wenn man anfängt, sich selbst zu bemitleiden und sagt, hey, was ist das, ich bin in einer solchen Klemme, wer holt mich aus diesem Durcheinander wieder heraus, wer wird mir jetzt helfen, wenn Sie laufend nur negativ denken, seht, mein Sohn und ich, wir gehen hin, um Gott anzubeten. Bleibt ihr hier, während wir hingehen und Gott anbeten. Und die Anbetung, die Abraham durchführen musste, war, dass er sein Schwert erheben sollte, um seinen Sohn zu töten. Ja, ich liebe dich mehr als meinen geliebten Isaac. Das ist Anbetung. Ich liebe dich mehr als meine irdischen Besitztümer. Wenn du dein Messer in die Hand nimmst und dein Isaac auf dem Altar liegt, was sagst du dann? Ja, Herr, ich liebe dich mehr. Ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Meine lieben Freunde, das ist Anbetung. Manchmal komme ich mir so schwach vor. Das ist ein Gefühl, das mich schon lange begleitet. Ich habe den Eindruck, dass meine Anbetung sehr erbärmlich ist. Ein Bettler betet Sie nicht an, oder? Oh, manchmal sehe ich Bettler, wie glücklich sie sind, wenn man eine große Münze in ihre Hände legt und sie werden sich fast so verhalten. Denkt er am nächsten Morgen noch an sie? Denkt er nächstes Jahr noch an sie? Nein, das ist keine Anbetung. Am Sonntagmorgen gibt es diese Bettler-Anbetung. Herr, du hast mir das gegeben, jenes gegeben. Danke! Ich preise Gott! Halleluja! Du hast mir Gesundheit gegeben, eine schöne Familie. Mein Vater pflegte zu sagen, dass er so in den Fußball hinein kam, aber Gott wollte, dass er mehr beten sollte, dass er mehr zu Gottes Füßen lernen sollte, dass er sich ein Bein gebrochen hat. Und er sagte, das war das Ende seines Fußballs, obwohl ich meinen Vater sah, wie er ein Siegestor geschossen hat bei einem Spiel gegen sein früheres College. Ich war ein kleiner Junge und ich war begeistert, dass mein Vater das Siegestor geschossen hat. Aber es gibt größere Ziele. Ein Spiel ist nur ein Spiel. Aber die Art und Weise, wie wir manche dieser Dinge so hochhalten, wenn Sie jetzt 5. Mose 4 aufschlagen, hier ist eine geheime Warnung vor Leuten, die die Sonne oder den Mond anbeten oder die Sterne anbeten. Diesen Leuten wurde gesagt, passt auf, 5. Mose 4, Vers 16, Lest you corrupt yourselves and make you a graven image, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, dass gleich sei einem Mann oder Weib, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel und wenn du die Sonne siehst und den Mond und die Sterne, das ganze Herr des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen, denn der Herr dein Gott hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Aber euch aber hat der Herr angenommen und aus dem glühenden Ofen nämlich aus Ägypten geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört, wie ihr es jetzt seid. Wir sehen immer noch, wie Menschen die Sonne anbeten, den Mondgott. Der Mond ist ein uraltes Symbol für die Heiden. Und heute, manche unserer Gesetzgeber in diesem Land, die sagen, drei oder vier von ihnen beginnen mit Gebeten. Was? Man beginnt mit Gebeten an wen? Irgendwelche Zaubersprüche an irgendwelche Anbetungslieder für Göttinnen, die nie existiert haben. Heidnische Gottheiten, stellen Sie sich das vor, liebe Freunde, wenn es Leid gibt im Land und wir nicht einmal aufzeigen, dass der Götzendienst auch bei den höchsten Leuten stattfindet, mit einem Federstrich können Sie nicht das Töten von Millionen Babys legalisieren. Ob es eine Feder von einem Präsidenten oder einem Monarchen ist, Sie können nicht das Leben nehmen oder geben. das Leben kommt von Gott. Sehen Sie, wenn man dem nachgibt, was die Leute auf der Straße sich wünschen, das ist nicht regieren. Wenn man das tut, was die Demonstranten wünschen, ist, dass das erste was John Washington gemacht hat nach seiner Amtseinführung 1789 in New York City, seine erste Tat war, dass er sich hingekniet hat und die Bibel geküsst hat. Er hat die Bibel geküsst. Das will ich allen Pastoren in diesem Land sagen, küssen Sie die Bibel oder stehen Sie da, um das Wort Gottes zu verleugnen. Gut. Wir betreiben ein Volk in eine Sackgasse und dann machen wir uns dran, das Problem zu lösen, indem wir große Schulden auf Kinder legen, die noch gar nicht geboren sind. das spricht nicht von einem guten Charakter. Dieses Volk entstand durch Männer, die alles riskiert haben für die Wahrheit, für den Charakter. Und doch sehen wir einen solchen Zustand, wissen Sie meine lieben Freunde, der große George Washington hatte ein kleines Manuskript, das er selber geschrieben hatte, ein Manuskript mit Gebeten, ein 24-seitiges Manuskript. Eines der Gebete lese ich Ihnen jetzt vor. O du herrlicher Gott, in Jesus Christus, meinem barmherzigen und liebevollen Vater, bekenne ich meine Schuld in der schwachen Leistung, die ich heute gebracht habe, in meinen Pflichten. Ich habe dich angerufen, dass du meine Sünden vergibst und mir verzeihst. Sehen Sie, aber so kalt und achtlos, dass meine Gebete meine Sünde geworden sind und vergeben werden müssen. Mein Gebet ist Sünde geworden, denn es ist ein kaltes Gebet. Ich habe das Gebet gebetet. Meine Gebete sind Sünde geworden. Und heute soll der Stift des Gesetzgebers vorsichtig sein, dass er nicht das Volk in unaussprechliches Elend stürzt. Das ist nicht die Arbeit des Gesetzgebers. Wir brauchen Gesetzgeber, die demütig sind vor Gott. Wenn man die Wahrheit nicht mehr sagen kann, wenn man den Büchern nicht mehr vertrauen kann, wo die Geldeinlagen nicht mehr sicher sind, was zeigt das? Sind wir zu einem Haufen Diebe geworden? Alas, alas, zu einem solchen Zeitpunkt anstatt dass wir weinen für Amerika gibt es Menschen, die denken, sie haben allen Verstand, dass sie unser Volk in Ordnung bringen können, ohne Gottes Wort. Das Wort Gottes bringt Ihr Gehirn in Ordnung, Ihr Denken, das Denken der Nation. O meine Lieben, passen Sie auf, Sie werden anfangen, die Sonne anzubeten. Wenn wir denken, dass es heute Millionen gibt, die das tun, und an manchen Morgen können Sie sie sehen, wenn die Sonne aufgeht, dann stehen Sie da und beten Sie an. Nun meine Freunde, jetzt möchte ich noch 2. Könige Kapitel 20 aufschlagen. Hier sehen wir eine Extremsituation, wenn ein Volk konfrontiert ist mit einer riesigen Armee. 2. Könige 20, Vers 2, Es kamen einige, die sagten dem Josaphat, Es kommt ein großes Herr gegen dich von jenseits des Meeres. Diesseits von Syrien, 2. Könige 20, Vers 2, und siehe, sie sind schon in Hatzetz und Tamar, das ist Engedi, und Jehoshaphat, der König, feierte und setzte sich, um den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Judah ein Fasten ausrufen. Sehen Sie, keine Stimme spricht davon. So wie kürzlich während dem Krieg, wie oft wurden die Völker aufgerufen zu einem Gebetstag, Großbritannien, Amerika. Man sagte, wir wollen jetzt einen Tag des Gebets durchführen. Aber niemand. Und Sie sehen, wenn Sie von einem Gebetstag sprechen, dann kommen vielleicht die, die den 11. September September zustande gebracht haben, die kommen dann und beten. Sie sehen, die sehr Fonte, die das Blutvergießen anrichten, die das Blutvergießen anrichten, das wir heute sehen, in der ganzen Welt. Es fehlt am Wort Gottes. Hier ist ein König, der sagt, Oh, ich habe keine Kraft gegen diese riesige Armee. Ich werde mein Volk zum Gebet aufrufen. Und sehen Sie, meine lieben Freunde, dieser Mann sagte, steht still, Gott wird euch den Sieg geben. In fact, a prophetic spirit was given to one of those men who said, ein prophetischer Geist wurde einem dieser Männer gegeben und der sagte, Fifteenth verse, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. See, how many times we think, oh, it's my own ingenuity, it's my brain, I must device a way, how am I going to bring up these children, how am I going to do this, how am I going to do this, Gott taucht gar nicht auf in dem Bild. Es findet keine wirkliche Anbetung statt. Be not afraid nor be dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Tomorrow go you down against them. You shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht, steht still. Und seht die Hilfe des Herrn. Wenn Leute ihren Verstand anstrengen und sagen, Was werde ich jetzt machen? Dann sage ich, schauen Sie. Haben Sie nicht einen Gott? Haben Sie nicht einen liebenden Gott? Kümmert er sich nicht mehr um sie als vielleicht sie selbst? Gewiss tut er das. Meine lieben Leute, stand still. Und, 18. Vers, bitte. Und Jehoshaphat beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde. Und ganz Judah und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Denken Sie. Sehen Sie, wie unser Volk, die Leute in unseren Kirchen, Ja, es gibt viele arme Leute, die ihre Arbeit verloren haben. Ich hörte von einer Frau, die sagte, Oh, ich gehe nicht in die Kirche, weil ich versprochen habe, so viel Geld zu spenden. Jetzt hat mein Mann seine Arbeit verloren und ich kann das Geld nicht geben, also gehe ich nicht mehr in die Kirche. Was soll das? Ist die Kirche nur für ihr Geld da? Was für ein Unsinn? Gehen Sie hin, um Gott anzubeten? Ich kann das nicht verstehen, wie Leute ganz aus der Spur gekommen sind. Ich würde das alles auf die Kanzel schieben. Unser Predigen ist verkehrt. Das ist alles. Ich gebe mir selbst die Schuld. Meine lieben Leute, hören Sie. Mitten in dieser schwierigen Situation, einer erdrückenden Situation, ist hier ein König, der sagt, wir wollen fasten und beten. Wir gehen zum Ball und tanzen. Das rufen Sie in Washington vielleicht eher. Wir wollen zum Herrn gehen. Und Gottes Wort sagt als Antwort, steht still, das ist jetzt mein Kampf. Ich werde für euch kämpfen. Was geschah? Diese drei Mächte, die gegen sie gezogen waren, die Ammoniter, die von Seir und die Moabiter, sie standen auf gegeneinander und haben sich gegenseitig umgebracht. Meine lieben Freunde, der Herr sucht solche, die ihn anbeten. Sucht der Herr mich heute Morgen? Vielleicht ja. Es ist mir sehr bewusst, dass ich ihn so wenig anbete. Mir ist das sehr bewusst. Meine Anbetung ist weit entfernt von der Anbetung, die ich um den Thron Gottes herum sehe. Der Lobpreis, die Anbetung, die ihm gebührt. Ich fürchte, dass ich diese Anbetung nicht bringe. Aber mag der Geist Gottes Sie lehren und mich lehren, wie wir den Herrn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Wir wollen beten. Wir wollen uns demütigen. Wir sind gekommen zum Anbeten. Sie beten an und wissen nicht wen. Wen sagte Jesus, dieser Frau. Jesus hat diesem sehr traurigen Charakter, Anbetung beigebracht. Wird er uns nicht auch Anbetung beibringen? Gütiger Vater, wir demütigen uns. Gib uns dieses Wort. Das ist nicht dein Kampf. Das ist mein Kampf. Stehe still und sehe meine Macht. O Herr unser Gott, erbarme dich über das ganze Volk. Wir haben keine Macht, das ganze Volk aufzurufen, sich zu demütigen oder zu fasten. Wir wissen, dass es viele traurige Herzen gibt, deren Herzen sehr hart geworden sind. Wir beten für sie. Mitten in ihrer Traurigkeit rede du zu ihnen. Lass uns wieder Menschen sehen in deinem Haus, die dich anbeten, nicht Menschen, denen es darum geht, sich selbst zu zeigen oder ihre neuen Kleider zu zeigen. Bewahre uns davor, Herr, vor dieser ganzen Schauspielerei, und lehre uns, dich anzubeten im Geist und in der Wahrheit. O Herr unser Gott, wir wollen leben wie der Abraham mit dem Isaac im Schlepptau. Mein Sohn und ich gehen hin, um anzubeten. So hilf uns, dass wir diese vorausschauenden Augen des Glaubens haben und vergib all unseren Unglauben. Im allmächtigen Jesus Namen. Amen.